Viele Nutzer stellten auf Twitter plötzlich Fragen, wo sind deine Kinder, Harry? Glaubst du wirklich, dass die Öffentlichkeit unscharfe Bilder von Puppen und mit Photoshop bearbeitete Bilder von geliehenen Kindern sehen möchte? Wenn es diese Kinder gibt, seien sie stolz auf sie und zeigen sie uns, was für ein liebevoller Vater sie sind. Wir alle wissen, dass sie und ihre Frau, die Schauspielerin, die der Welt erzählt hat, dass sie mit 80 Meilen pro Stunde in eine katastrophale Verfolgungsjagd durch die Straßen von New York verwickelt waren, es vermieden haben, authentische Arztunterschriften in Krankenhausakten zu zeigen und zwielichtig waren Geburtsurkunden voller Fehler. Glauben sie wirklich, dass die Öffentlichkeit so dumm ist? Zu viele Leute behaupten, dass die Wundergeburten tatsächlich das sind, ein Wunder. Megan wurde mit einem sich bewegenden und sich ausdehnenden Mondbauch gefilmt und fotografiert. Die Tatsache, dass ihr Mondbauch häufig Größe und Form veränderte, je nachdem, ob sie stand oder saß. Dass ihre Mundstoßphysik der Newton'schen Mechanik für eine durchschnittliche schwangere Frau widersprach. Oder dass sie mit geschlossenen Knien in die Hocke gehen, einige Rekordminuten lang in der Hocke bleiben und dann wieder aufstehen könnte, ohne jemals ihre Beine öffnen zu müssen, um einem Moonbump Platz zu geben, und das alles, während sie mehr als drei Absätze trägt. Die Tatsache, dass Megan es sich nicht zur Gewohnheit gemacht hat, den regulären Weppenspaziergang zu machen, während sie mit Lilly schwanger war, abgesehen von dem bizarren spontanen Fotoshooting einer frommen Truppe, Misan Haraman, bei dem eine hochtrichtige Megan Archie in eine Deckel gehüllt hielt, sein gesamtes Gewicht ruht über einem Mondhügel. Kürzlich wurde neu gepostet, dass Lilibet mit Stasi Schulders Tochter Hartford identisch sei. Wie der Tochter ein Video wieder auf, in dem Megan Markle beschuldigt wurde, Lilibets Fotos beim Vergleich mit Hartford mit Photoshop bearbeitet zu haben. Stasi bestritt bereit, Harrys Frau eine Tochter geliehen zu haben, aber die Gesichtszüge, die Nase, die Lippen, die Augen und das leicht träge Auge sind bei beiden Kindern im ungefähr gleichen Alter sehr ähnlich. Tatsache, dass braune Augen ein dominantes Gen sind, Lilly im Video jedoch blaue Augen hat, und die Tatsache, dass sie durchweg mit Photoshop als rothaarige mit der gleichen Haarfarbe wie die von Harry bearbeitet wurden, ist diese Haarfarbe jedoch nicht der Fall Archie. Viele Genetiker haben in mehreren Interviews zum Ausdruck gebracht, dass Lilibets körperliche Merkmale mit der Genetik keinen Sinn ergeben. Die Sache ist die, wir alle wissen, dass Megan Skinner-Typ niemanden mit blonden oder roten Haaren aufweist. Ihre Mutter hat braune Haare und braune Augen, Thomas Markle lässt dunkles Haar und haseln ist braune Augen. Wie kann Megan überhaupt ein rothaariges, blauäugiges Gen haben? Sowohl sie als auch Harry müssten rote Haare und blaue Augen mit sich bringen, um dieses Baby zu bekommen. Harry ist so ziemlich ein reinrassiger Engwer, Daher wissen wir, dass er nur Gene für helles Haar und Augen beisteuert. Die Frage ist, woher bekommt Megan diese Gene, um sie an ihre Nachkommen weiterzugeben? Außerdem war das lächerlich, als Megan und Harry sagten, dass die Königin auf dem Boden mit Lilibet spielte. Die verstorbene Königin, die immer ihre Pflicht erfüllte, aber an Aktivitäten wie einem Jubiläum nicht teilnahm, weil es ihr nicht gut ging. Keiner der Royals hat jemals erwähnt, Lilibet gesehen zu haben. Diese beiden sind einfach schlechte Lügner. Ihre Geschichten stehen im Widerspruch zur Realität.